herkommen freunde boy mit dabei ist die bezaubernde smiley von spz let's play ja hi freunde mit dabei ist die bezaubernde revano fan revano let's play mit dabei ist der onkel von gamers check rp jo grüße liebe leutchen freunde mit dabei ist der dumm bubbler alias killer alias dumm bubbler alias killer ich heiße auch dumm bubbler oh yeah und wir haben besuch wir haben besuch ja wenn die ist dabei mit seinem kanu level 3 vom rekrutenlager vom rekrutenlager mal rumgeschaut hallo der war kleine arme wie popelt denn der kanu 147 er hat ja ein stimmelchen es wird er hat immer hinten gebogen er braucht die gar nicht oder die stimmelchen die händler die müssen wir haben aber abdrücken mit dem dino ja das ist ja er war nur das bei uns im TS du ein Nasenbär du brauchst zu reden da hörte ich du kannst ja wo soll ich das denn wissen also weiß ich dann nicht der riecht wird er hat doch ja ich dachte er redet aber über die betas da hallo er das soll mir wollen wir waren und das soll wieder die war du heiliger 4.000er leiter ja das kam mir nicht an die händler er wird die zwei jahre er er die hohen was das ist ein guter was er umgucken ich bin heute keine Lust mehr zum zählen Orte nur Unglück nur und die Sorge im Zähn weil gestern ist mein Taubus oder Akin Tavis Level 145 im Lager verreckt weiß nicht warum war auf einmal tot m die haben alle Dinos ist der Wahnsinn er ist glaube ich die anderen sagen er ist verhungert von der Oberjubiläu komm wir gehen Angriff auch wo keine Ahnung Prozent ja für die nicht wenn er da rumsteht na wohl muss man wissen was du selber ja eigentlich hab ich ihn schon gefühlt eigentlich hab ich ihn schon gefühlt Killer gehen wir rechts lang Hallo wir reden gerade ja wir müssen uns ja auch verständigen wo wir hingehen wir reden ja leiser rechts lang jetzt redet keiner mehr Sorge ja ich hab jetzt gewartet bis er weiter dazu ja und da wollte ich ein eigentlich heute wieder einen Sam damit ich wieder irgendein schnelles Transportmittel hab und dann hat es angefangen wie hat es jetzt nochmal angefangen äh Level 75er hab ich dann runter geholt der wurde dann von Raptoren gefressen weil ich keine Spikes dabei gehabt hab dann bin ich nochmal los gezogen dann habe ich den da getroffen also den Kano Level 90 dann habe ich mir gedacht gut wenn dir schon einer über den Weg läuft dann nimmst den mit was man hat hat man ja dann bin ich wieder los dann habe ich einen 90er getötet äh also mit der Armbrust wollte ich ihn eigentlich betäuben aber dann ist er leider gestorben bevor er betäubt war dann habe ich noch einen 84er gesehen der ist aber noch im Wald verschwunden den habe ich nicht mehr gefunden und gerade habe ich fast einen 90er fertig getäumt gehabt der war komplett mit Spikes umhüllt sag ich mal außer ganz ein kleines Eck war frei da wo eigentlich kein Tier durchpasst weil ich musste da so rein rocken und dann habe ich noch ein paar und dann habe ich noch ein paar Prozent und ich kam dann zurück wollte das letzte Mal Prime holen bis mitten im Ding Kano drin gestanden und hat ihn getötet Kassel bitte so ich habe ein Dodo umgehauen ja das soll ich gerade sagen das ist so ein Pech was du erlebt hast ich habe heute ein Dodo mit Bären gefüllt Hörer Hammer ey kommt ihr hier mit Kano ist auch ne ich weiß es nicht also Mainz äh ganz kurz noch mal zurück zu unserer Wasserleitung äh Mainz ich soll hier unten durchgehen äh und dann das ganze Kack hier hochlegen frag doch den Rekrutenman hier der weiß doch bestimmt wie man sowas legt wissen wie man so ja Alter kommt man da hoch bin ich jetzt erschrocken Alter das ging jetzt mit Rums steht der Kano neben mir ja ich überlege die ganze Zeit wo ich die scheiß Wasserleitung von hinten komme ich nicht ran von hinten das ist alles zu schräg das ist beschissen hier hihihi er hat von hinten gesagt du musst nach oben weiter bauen du musst oben eine Fetsche hinlegen dann die Wasserleitung gerade noch mal gerade noch mal gerade und dann schräg nach unten und dann ja aber wie soll ich denn in den Berg hochkriegen da muss ich erst mal ein Gebilde bauen da muss ich erst mal Gebilde bauen dass ich runterkommen mit der Leiter genau ja aber hier ist alles die Wände sind alles schräg da muss ich zu weit raus verstehst du deine Bühne mit mir zusammen du kannst sie doch auch übereinander stacken oder mhm ey Leute tauscht dir Geratin gegen gebratenes Fleisch weil ich verhungere ey hol dir doch einfach aus dem Feuer raus hier hinten im Feuer ist Fleisch kannst du dir rausholen ja kann man Leiter einfach auf dem Boden stecken wir nehmen auch echt Geld kein Problem ja genau Kontonummer schicke ich dir also IBAN ist DE I strike my Parasaurier ja ja ok hat die Preise vom Rumsteak hm 36 Euro oder Kilo oh ich war so wohl nur ordentliches ja so schon ne ganz nettes braucht ihr die Kohle noch? welche? ich ich brauch Kohle ja lege ich euch ein bisschen Fleisch da rein ey wenn da noch Holz ist kannst du ja grad neues Fleisch machen für auf dem Weg und lässt uns einfach zwei da fertig oder nimm wir einfach ist doch ich will jetzt wieder ein Fleisch machen also von daher weitergelaufen rechts am Strand am Strand warte auf mich hallo ja wo bist du was machst du ja ich bin doch auch da bei dir du bist am pronto vorbeischauen ne ja warte hm 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 alter lass meinen Dildo in Ruhe du Dildo warte 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 kennst du dich doch ein bisschen mehr äh du kennst jetzt seit die letzten zwei tage gezähmt habe erzählen also ich habe einen estern einen 81er t-rex gezähmt so einen hohen habe ich noch nie gezähmt muss ich dazu sagen habe circa eineinhalb stunden gebraucht das geht aber okay also wie lange braucht es das sonst also überhaupt mit einem t-rex also 75er t-rex habe ich mal gezähmt der hat gebraucht habe den aber nicht komplett mit einem gefüttert auch ein paar mal mit einem rohen fleisch normalen da hat er gebraucht 8 9 stunden ok also können wir also könnte so ein raptor eigentlich ganz schön fix fertig sein eine halbe stunde eine stunde maximale es ist schätzt ich konnte ich konnte ob die irgendwo ein rumlaufen sehen ich suche auch schon ein welches heute auch noch in einer ja aber ich soll ich weiß wo einer ist und zwar wenn ja mein gewächshäuschen steht direkt auf der anderen seite haben auch schon ein gewonnen drei stück sind da was ich hätte gern auch ein ja ihr müsst halt auch immer immer sorgen ihr müsst am besten beim füttern weil das ich komme ich würde damit kommen dann aber wir müssen die prämpel und prämpel eigentlich so alles nur aus bronte oder es ist gesehen was man ob rostow die muss vorhanden und tut hier weg stehe Kroo heilige Kiel schaffen jetzt natürlich nicht dieses fleisch anzuschaffen anzuschaffen also müssen wir schon immer mehr gleich und da muss es schon weniger Minirock anziehen und das Fleisch anzuschaffen ich mein erstes T-Rex habe ich mit wer eines Raptors Level 48 gezählt und Hauptplanung geschafft Kilo gesehen ich bin hier rüber ich will was den grünstrahlen ja gut aber äh so ja gut äh ach so sagt er bescheid ich äh der auf dem Meiser weg was hat er jetzt ich bin schon da bin schon da ich dachte du gehst ein Backup ok ähm und was ist was gibt es da bei dem äh Level 15 to open komm mal ran ich komm äh könnt ihr da auch so vorgehen euch zuerst vielleicht nen Karno holen dem vielleicht mit normalem fleisch fleischteam dann hat er zwar nicht so viel Bonuslevel aber dann könnt ihr die mit ihm rein ok ich seh dich nicht mehr beim grünen Stahl bin ich den siehst du doch oder beim gelben Strahl ist er ne ich seh den nicht den grünen Strahl wo soll denn hier ein grüner Strahl sein wir waren doch am Strand wo der Pronto war ne einfach grad außen an rechts ich frag mich grad ich renne hier grad kreuz und quer durchs Lager ich frag mich grad was was ihr jetzt macht grad ihr jagt immer noch oder was wer was wo der hat grad nen Pronto getötet äh alter das waren ja drei Bisse äh ist der so stark jo alter krass ey zweimal so happy happy da fällt der Pronto um happy happy ich bin dein Papi ja das war halt echt so zapp zapp und dann war er weg jetzt sieht Feuer unglaublich die Welt ist verrückt ohne Rekrutenlager spoilt meat neunmal Fleisch einfach drin gelassen okay ich hab meinen dummen Bubbler verloren wo ist er ich meine oh ah der grüne Strahl ist jetzt weg ja siehste deswegen find ich dich auch nicht aber der ist jetzt erst jetzt erst weggegangen ja so ist er nicht okay ich nehm die Englieder er war schon länger weg ah papalapap mal ich habe bist du noch am Strand ja ich bin halt ich bin jetzt wieder rüber auf den Strand auf dem wir beide gerade waren ja ich auch da ist grad ein Triceratops neben mir ah jetzt ist er wieder da der grüne Strahl ihr könntet euch auch zum Beispiel einen Tiger holen ah welches Level hat der höchste von euch das ist glaube ich das wäre Smiley Smiley mit ja ich hab Level 34 ja okay musst du noch 10 Level warten dann kannst du Tiger reiten ja ich wollte ja sowieso einen Tiger aber bis wir den gefunden haben also ich guck jetzt hier grad Ravano ich seh hier keinen einzigen Raptor das sind nur die Lobos du findest den Tiger na die waren eigentlich da gewesen du findest den Tiger an dem Vulkan und den findest du wenn du von unserer Basis aus nach links und dann nach Norden gehst Smiley mhm also hier wo ich jetzt stehe wenn du hier rüber übers Wasser geguckt hast da drüben war Raptor laggy alter die habe ich vorhin auch gesehen ja laufen gleichbekommen wie viele Dilos hier rumlaufen 1,2,3,4,5 Dilos da und irgendwo da drüben waren Raptor das sind jetzt alles die Lobos glaube ich das sind alles die Lobos er ist die weg dann oder was auf jeden Fall waren da abgehauen die habe ich auch voll Fall alter oh Mann und die sind Ameisen scheiße bitte bist denn du Killer ja am grünen Licht ja bist du noch am Strand bin immer noch am Strand da kannst du aber nicht rein oder ah wo bist du denn ich wollte ja nicht bei mir da wurde mich voll gefragt dass ich am Bronte vorbeigegangen bin einfach nur ein Stück weiter warte mal ganz kurz warte mal auf mich warte mal ganz kurz Veggie versucht gerade etwas mitzuteilen nochmal ein bisschen er redet gestern wollte ich an der Klippe neben euch Richtung grüner Obelisk eigentlich ein Spino Level 81 Sam aber er hat mich dann leider getötet war ein bisschen buggy welches Level bist du jetzt? ich? 71 ja naja gut wird aber schon knapp ein 81er oder? ne müsste eigentlich gehen normalerweise je nachdem wie man es macht also du darfst auch wenn du hoch also wenn du Pinus darfst du nie unterschätzen auch wenn du dann ein hohes Level hast also die werden eigentlich ziemlich immer du musst vorsichtig gegenüber T-Rex und Spinus sowieso also ein Kanu kann ich noch mit Speer töten aber ein T-Rex oder ein Spino und Hochlellwigen der frisst mich auf ok ja Warno du müsstest eigentlich jetzt wirklich bei mir sein oder bist du schon vorbei ja ich seh dich ja schön ich klopfe ja gerade auf so ein 87er Parasaur saur saur hast du denn weggeklatscht? ach ne der lebt noch warte ich klopfe mit drauf ja der hängt im Stein ich klopfe mit drauf ah du bist so cool du bist ein ah da siehst du keinen Schlag und da war er tot wenn ich dabei war tak boom direkt Level up Jo wo kommt denn jetzt eigentlich Kreatin hin? wo habt ihr das hingesteckt? also in den Schmied ach so stecke ich es in den Schmied in die Schmiede so in die Schmiede stecke es in den Schmied ja nenn ihn Schmied nenn ihn Schmied hm also die so neun Krabbelviecher die sind so eklig ich kann ihn nicht rein fliegt ey Rivano wenn du mal Spaß haben willst ne ja leg dich mal mit einem so einem fliegenden äh 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 raptor an mit diesem kleinen rasiermesser scharfen Zähne ich hab hier auch ein raptor guck mal her du ja so ein feiner welches Level? 12 klar gehen wir weiter achso ja ähm leg dich mal wirklich mit einem von diesen fliegenden Viechern an ja beißen mich zu Tode oder? alter Verwalter die sehen ja so geil aus die kleinen fliegenden Viecher ja servus ähm brauchst du noch Fleisch? ne ne hab schon ich such grad nen Raptor da wenn du weiterläufst ist Level 12 Raptor da hinten irgendwo ok den versuche ich mal zu tagen wir sind gerne Krieg stellen wir dich mal ein wie lange der dauert der ist der ist ein Parasaurier hinterher so ich fress mal grad den Dilo hier so kommst du grad da unten? ne ich hab grad so ein Fischgefühl auf achso hast du geholt äh gesehen ja ja jetzt läuft er weg bleib hier du tu mir so du bist schneller du bist schneller du bist schneller komm du warst du das liegt in meiner Unförmigkeit waaah da fliegt schon wieder was diese Fliegviecher die sehen ja so richtig geil aus so einen will ich auch als Pet haben ja ich auch aber das ist aber sich mit denen anzulegen das ist wirklich Selbstmord ey die haben mich zu zweit zu dritt ich hab die nicht getroffen die haben mich da auseinander gefetzt erst haben sie mir die Kleidung von Web gefressen und dann haben sie mich äh kaputt gefressen mal gucken ob ich den ohne Narkotik gezähmt bekomme brauchst du Narkotik also ich hatte einen mal versucht den Kleinen hä ich hatte mal einen versucht aber den hab ich noch nicht mal betäubt bekommen supergirl aus die gelben rennen hier rum hey hey coolen gelben wir sind die gelben ja die gelbe Post die gelbe Seite die gelbe Gefahr die gelbe Seite der gelbe Strahle oder wie war das ne ja los drum ja Smiley du musst bei dir unbedingt auf jeden Fall noch so ein Dings hin machen hast du das gesehen? der Dodo der weggepackt ist 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 was muss ich machen? mein Herz lass mal ich schieße ihm einmal in den Kopf vielleicht packt er auch weg wenn wir Glück haben? ja oh schade klar packt er weg ey hau ab du Bagger zeig dir mal was du kannst aber sag mal ist es nicht besser vielleicht wir wollen doch rechts diesen Teich mit eine Runde ja Teich boah ist es da nicht besser wenn wir dort das Wasser her holen dass die Wasserleitung niemand wegklappen kann das meine ich nämlich also letzten Endes es gibt ja auch Schwimmviecher also Schwimmsaurier die richtig geil sind und die brauchen wir eh um das Öl zu bekommen das heißt es macht sowieso Sinn diesen Teich mitzunehmen quasi naja eben deswegen würde ich das Wasser lieber dort rausholen wa? ist vielleicht besser jagen wir noch oder machen wir einen anderen wir können ruhig jagen ich muss noch einen Schein aufheben also die Hälfte ist fertig rennt er noch weg oder bleibt er irgendwo hängen wenn er die ganze Zeit nur rennt dann müssen wir aufgeben ja der ist weg der ist weggerannt lass aufgeben das ist ah ich bin jetzt in einem Level habe ich wieder bekommen kein Rückzug kein Aufgeben hier regnet das hier irgendwo? ah ne das ist bei uns ne? regnet es regnet im Spiel alter habt ihr hier alles große ungenietet oder? wir? nein welcher ich hab nur Dodo gekillt hier stimmt irgendwas nicht Rivan oder? ich bin bei mir irgendwie hier im was ist? ich bin bei mir im Boden drin hier nöö du bist bei mir draußen nö du bist doch nichts vor mir komm er stell dich mal hierhin geh mal hier hin m jetzt echt doof weißt du es wäre wahrscheinlich ich laufe irgendwie fast bis zum kopf in den stein rein also ich bin fast versteckt na ja dann merke ich lieber der Gäste der Gäste immer durch das ist er ist sehr merkwürdig immer gut die wenn ich auch geht eigentlich auch die Geschwindigkeit von 10 hoch wenn man level höher ist oder so mit das hat nur damit nichts zu tun gut Prozent da unten sind oder so ein bisschen in uns was sind das für fliegende Dinos was redet ihr erlebt hier Sachen und ich renn hier in dem scheiß Lager mit dem scheiß Wasserleitung rum ich kenne sie gerade er kommt doch mal raus mach mal den Kopf frei ich muss seinen Kopf frei machen ich kann gerade kaum wissen dass ich in die Wasserleitung einstecken habe die machen sich ja einen Spaß und ich renne da nur in dem scheiß Lager rum ich muss bei mir im Video gucken da der fliegt direkt an mir vorbei ich traue mich aber jetzt nicht den so anzugreifen weil der macht mich platt mit einem Pfeil Narkotik bringt das gar nichts so kriegt man auch seine Views das sind drei Dodos hier wenn wir ein Stück zurückgehen Killer sollen wir mal auf die andere Insel da gucken was da abgeht wir machen hier sind wir lassen auch die vier Dodos eben mal weil er da geht da ist auf jeden Fall ein anderes Lager wird da sein da wird auf jeden Fall ein anderes Lager sein da drüben auf der Großen was sagt der Part wie lange so wegen Zeit nur noch ein Stimme rum nein ich meine äh wie viele Minuten haben wir schon wir sind rum ich habe jetzt keinen Überblick mehr was ich habe meinen Schicks ausgemacht nee ich meine ja hier den Onkel der hat doch immer wir sind rum hallo ich rede doch hörte mich noch hallo hallo wir sind rum heißt es fertig oder na klar nee das heißt du hast noch drei Stunden das hieß es ungefähr schon seit 25 Ports dass wenn ich sage es rum dass es rum ist ja ich wollte es ja nur noch mal genauer wissen nicht dass er mich nachfragen würde ja eben was ist denn da los also dann wir essen dran Erik war dran ich bin dran unglaublich mit Ben ja dann würde ich sagen ähm Abo Abo lasst ein Abo da extra für Rewano hm für alle bitte für alle für alle so fair muss sie sein und für mich lasst ein Abo da außer beim Rewano nee nee so nicht und äh wie gesagt ja danke fürs Zuschauen heute und ähm bis dahin gehabt euch wohl ciao 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 servus